Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video werde ich dir ein kostenloses Keyword-Recherche-Tool zeigen, welches ich ja eigentlich fast täglich nutze. Und für meine Bedürfnisse reicht es absolut aus. Und ja, folg mir einfach auf dem Bildschirm und dann zeige ich dir, um welches Tool es sich dabei handelt. Und zwar geht es hier um Ubersuggest. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar war das vorher ein eigenständiges Tool. Mittlerweile wurde es von Neil Patel, einem amerikanischen Marketer, übernommen, der sehr erfolgreich ist, auch einen sehr, sehr erfolgreichen Blog hat. Und ja, und ich nutze dieses Tool super gerne, wenn du auf den Blog kommst. Ich schiebe mal kurz hier das hier weg, dass ich besser arbeiten kann. Wenn du auf die Seite kommst, du kannst entweder über über sagest.org gehen. Dann wirst du weitergeleitet auf nilpatel.com und landest dann auf dieser Startseite. Jetzt hast du hier noch die Möglichkeit, hier oben die Nationalität auszuwählen, die Sprache hier ebenfalls. Und jetzt könnten wir einfach mal hier ein Keyword eingeben. Nehmen wir einfach mal Friseur und machen einfach mal eine Suche. Nur damit du mal ein Gespür für dieses Tool bekommst und was es alles so bietet. Und ich sehe jetzt hier sofort auf der ersten Übersicht, okay, Suchvolumen 450.000. Ja, hier unten sehe ich es nochmal etwas genauer. Also du siehst, hier oben ist die obere Grenze. Ja, und der Durchschnitt ist dann eben halt diese 450.000. Ich habe sofort einen Überblick über den SEO-Schwierigkeitsgrad. Wird mir angezeigt, okay, Schwierigkeitsgrad ist schon hoch. Und über den Keyword-Schwierigkeitsgrad, ja, im bezahlten Bereich hier einfach. Und ich sehe sofort, was mich ein Klick kosten würde, wenn ich eine Werbeanzeige schalte. Darunter sehe ich die ersten Keyword-Ideen. Du siehst hier auf der linken Seite auch nochmal die Rubrik Keyword-Ideen. Da kommst du drauf, wenn du hier draufklickst oder eben hier unten dir alle Keywords anzeigen lässt. Und hast hier so einen ersten Eindruck. Und du siehst halt auch sofort, okay, wenn es hier grün ist, ja, dann ist es relativ einfach, dass du für diesen Suchbegriff ranken kannst. Genau, und dann siehst du hier unterhalb auch gleich die Suchmaschinen-Ergebnisse, also die Anzeige bei den Suchmaschinen in der Reihenfolge. So hast du auch mal gleich einen groben Überblick, ja, was denn deine Konkurrenz so mit diesem Keyword erzielt. Kannst dir hier dann auch alle SERP-Ergebnisse, also Suchmaschinen-Ergebnisse anzeigen lassen. Das geht hier rüber links ebenfalls. Genau, gehen wir einfach mal hier rein in die Keyword-Ideen. So, und jetzt siehst du hier im Prinzip 869 Keyword-Ideen. Und du siehst hier oben, wenn du das Keyword-Friseur nimmst, ja, dann hast du hier, ja, ein SEO-Schwierigkeitsgrad von 61. Und du siehst auch hier, kriegst du gleich angezeigt, ja, dass es eigentlich halt schwierig ist zu ranken. Und dass deine Wahrscheinlichkeit, dass du dort rankst, bei ca. 39% liegt. Hier siehst du auch nochmal kurz deine, ja, die Suchmaschinen-Ergebnisse, ja. Genau, so, und jetzt könntest du hier zum Beispiel runterscrollen, könntest jetzt anhand dieser Daten eben dein Hauptkeyword auswählen. Und siehst dann auch, wenn du jetzt zum Beispiel hier drauf klickst, dann hast du hier schon eine 80%, also eine 79%ige Chance zu ranken. Macht jetzt natürlich halt nur Sinn, wenn du auch in Kassel, ja, einen Friseursalon hast. Genau, dann gibt es noch die Filterfunktion, die möchte ich dir auch kurz zeigen. Und zwar kannst du hier auswählen, wo sollen die Keyword-Ideen herkommen, Google Ads oder Google Suggest. Dann kannst du auch auswählen, ein Suchvolumen, zum Beispiel mindestens 10.000, maximal 20.000. Dann kannst du ja den Schwierigkeitsgrad eingeben, wenn du sagst, maximal soll der Schwierigkeitsgrad 30 sein. Wenn du jetzt Kost per Klick wissen möchtest, kannst du das hier natürlich auch eingeben und SEO-Schwierigkeitsgrad haben wir auch hier mal 30. Dann kannst du Keywords einschließen, Keywords ausschließen und jetzt wenden wir das Ganze einfach mal an. Schalten den Filter hier auf ein. Genau, so und schon kriege ich Keywords angezeigt, die eben innerhalb meiner Auswahlkriterien halt liegen und kann mir so relativ schnell, relativ einfach dann die passenden Keywords für mich auswählen. Wenn ich dann mehrere Keywords auswählen möchte, kann ich das hier über diese Funktion machen, kann diese anhaken, kann mir diese dann als CSV-Datei exportieren oder einfach auf dem Clipboard speichern und dann separat in der Textdatei einfach abspeichern. Ja, super Tool, wie ich finde, super einfach und ja, lohnt sich da auch mal vorbeizuschauen. Du findest hier unter Tools auch noch weitere nützliche Tools, die im Großen und Ganzen, soweit ich das weiß, glaube ich, alle kostenlos sind. Also richtig, richtig cooles Tool und das nutze ich eigentlich im Alltag. Natürlich gibt es ja Recherche-Tools, die dann da noch deutlich umfangreicher sind, wo man dann eben halt auch Geld dafür bezahlen muss. Aber für meine Dinge reicht es bisher immer aus, ja, um mir da einen groben Überblick zu verschaffen. Und ja, wenn ich dann natürlich noch weitere Informationen haben möchte, dann gibt es da andere Tools, können wir dann auch in einem anderen Video mal drauf eingehen. Aber das sollte ja für den Start einfach reichen. Und wenn das Ganze für dich hilfreich war, teile es gerne mit deinem Netzwerk, gib mir einen Daumen hoch und ja, alle weiteren Informationen findest du unterhalb des Videos. In diesem Sinne maximalen Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.